Jay, deine 90 Sekunden laufen ab jetzt. Wer war letzte Saison Deutscher Meister? Äh, Bayern. Welcher US-Bundespräsident trägt dir den Satz Yes, we can? Äh, das war Obama. Welche Rückennummer hast du? 25. Wann wurde der VfL Deutscher Meister? Wann? Wann? 2009. Welcher Fluss fließt durch Ägypten? Boah, ey, leck mich! Ich könnte mich jetzt richtig blamieren, das mache ich nicht. Dann sag weiter. Weiter. Wer hat letztes Jahr die Euroleague gewonnen? Äh, Chelsea. Aus welchem Land kommt unser Trainer? Österreich. Wer war vor Angela Merkel Kanzler in Deutschland? Boah, da bin ich so schlecht Politik, ne? Weiter. Wo steht der Eiffelturm? Wo der Eiffelturm steht? Ja. Boah, ist das in Paris oder was? Wie viele Sekunden hat eine Minute? Was? Wie viele Sekunden hat eine Minute? 60, würde ich sagen. Wofür steht Manta-Platte? Nochmal. Wofür steht Manta-Platte? Nee, bin ich raus. In welcher Jahreszeit sind die Sommerferien? In welcher Jahreszeit? Der im Sommer oder was? Richtig. Für was steht die Abkürzung VW? Volkswagen. Wie heißt das Finale der NFL? Superbowl. Danke. Ist das geil, Alter? Wer weiß denn das nicht, Alter? Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Untertitelung des ZDF, 2020